Ich bin ein guter Typ, ich hab' ein schönes Gesicht und man kann nicht sagen, dass ich ein Dummkopf bin. Ich bin ein super Mensch, meine Klamotten sind geil und du kannst nicht sagen, dass ich ein Trottel bin. Aber warum, 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 warum liebst du mich nicht? Ich zeige dir die ganze Welt und werde Sonnenlicht. Aber warum sagst du, dass ich ein romantischer Lammweiler bin? Und warum, warum, warum liebst du mich nicht? Ich bin ein cooler Kerl, mein Portemonnaie ist nicht leer und ich weiß, wenn ich will, kann ich mehr Geld verdienen, viel mehr. Ich bin ein toller Mann, Brad Pitt ist mein bester Freund und ich weiß, dass ich ein Star des Weltgenoss werden kann. Aber warum, 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 warum will sie mich nicht? Ich kaufe ihr die ganze Welt und geb ihr Sonnenlicht. Aber warum sagt sie, dass ich ein ekelhafter Löffner bin? Und warum, 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 warum will sie mich nicht? Und warum, 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 warum will sie mich nicht? Danke. Danke.